Also dann musst du die Tabelle aufmachen und auf den Reitern Lieferung gehen. Entschuldige, ich habe ja gerade Stress. Ich möchte später noch mal an. Max, hör sofort mit dem Unfug auf. Oh Mann, Mann. Als wenn ich sonst nichts zu tun hätte. Die Nachbarn halten uns schon für Penner, die nicht immer ihre Kinder erziehen können. Und dir geht es nichts als Ärger. Schaffst du das nur? Mich jedenfalls schafft es ganz schön. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja.